Wie klärst du ein Geheimnis auf? War die Tür letzte Nacht nicht zugeschlossen? War sie zu? Das ist auch wichtig. Wenn dir niemand glaubt. Sie haben mich nur erschreckt. Oh, die Eingangstherr warf. Wie schützt du dich, wenn du nicht weißt, was dich bedroht? Die Gefahr ist real. Was ist denn, Emma? Was siehst du? Ich habe noch mehr von diesen Zeichen auf dem Dachboden gefunden. Stell dich nicht so an und komm jetzt! Du glaubst mir immer noch nicht richtig? Was hast du da reingetan? Wollt ihr mich umbringen, genauso wie es mit meiner Schwester getan hat? Nein! Sie haben überhaupt keine Ahnung, was ihr vor sich geht. Von der Regisseurin von Friedhof der Kuscheltiere. Na! Was können wir tun, um Emma zu helfen? Es ist draußen. Frankie, geh nicht da raus! Pass mich in Ruhe! Komm schon! Gehen wir raus? Komm! Es ist im Haus. Ich werde nicht da rauf gehen. Und es ist in dir. Evil twin.